Das ist eine gültige MIME-Nachricht oben. Also da fehlt jetzt natürlich der eigentliche Content. Aber um mal zu zeigen, was ein Standard-Compliant-MIME-Parser parsen muss, sieht man hier, also alles in Klammern ist ein Kommentar. Man kann nicht einfach zur nächsten Klammern gehen, sondern man muss hier rekursiv die Klammern mitzählen. Außerdem gibt es Escaping von Klammern. Und hier habe ich strategisch einen kleinen Leerzeichen reingetan. Außerdem gibt es bei MIME diese Continuation. Die kann irgendwo zwischen Tokum sein. Wenn man die nächste Zeile mit einem Leerzeichen beginnen lässt, dann muss der Parser das zusammentun und uns eine Zeile betrachten. Und um mal zu zeigen, wie scheiße diese ganzen Encodings sind, haben wir hier mal drei rausgegriffen und gemacht, die alle so in dieser Nachricht sinnvoll auftreten können. Also das erste ist eine URL, die ist hier mit internationalisierten Domänennamen, also mit Umlaut drin, in diesem Fall blöd.de. Und die sieht so aus, wenn man sie encodet. Darunter gibt es einen MIME-Header, so wie man es im Subject von der Mail sehen würde, wo ein Umlaut vorkommt. Das sieht so aus. Ja, auch blöd in diesem Fall. Und darunter, das ist auch eine HTTP-Special, das ist jetzt eigentlich gar nicht so MIME, aber wie gesagt, MIME und HTTP sind ja nah beieinander, ist die Basic Authentication bei HTTP. Wenn man also einen Usernamen und Passwort eingibt, dann wird es nochmal Base64 encoded. Das sieht so aus. Wir haben hier also für dreimal im Grunde essentiell die gleiche Aufgabe. Drei verschiedene Encodings, eins schlimmer als die anderen. Und da hört es noch nicht auf. Es gibt auch auf Serverseite ganz furchtbare Sachen. Nicht nur die Protokolle zum Server, sondern Fast CGI ist eigentlich die Methode der Wahl, um PHP anzubinden, wenn man es nicht in einem Apache-Modul dafür benutzt. Das benutzt echt die Welt. Ja, also die einzige andere halbwegs verbreitete Alternative ist, dass man in Lab-Server-Module benutzt. Unter Windows relativ verbreitet. Aber Fast CGI ist also ein wichtiges Protokoll, kommt allerdings von 1995 und ist total overdesigned. Und bietet unter anderem die Möglichkeit an, dass man über eine Verbindung zum CGI-Backend mehrere Requests multiplexen kann. Und das heißt, wenn, also die Idee bei Fast CGI ist, dass der Server nicht einfach einen CGI-Prozess startet, sondern dass er zu einem Backend connectet, was eigentlich das CGI ist. Der wartet auf einkommende Verbindungen mit dem Fast CGI-Protokoll und muss sich dann halt nicht einen Prozess generieren pro Request, sondern kann durchlaufen. So, wenn man jetzt nachdenkt, was Multiplexing heißt, nehmen wir an, da kommt ein User connected mit einem Modem und holt seine Daten nicht ab. Dann muss der Web-Server, der hat ja nicht beliebig viel RAM, der holt die dann halt auch nicht ab vom Backend und dann bleibt diese Verbindung eben stehen. Aber wenn ich da Sachen multiplexe, dann bleiben auch alle anderen Sachen stehen, die ich darüber gemultiplexed habe. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, an der Stelle Multiplexing zu haben. Das heißt aber, dass Fast CGI ein Handshake braucht zwischen dem Web-Server und dem Backend. Also mit dieser Art von Protokolle, das ist so unsere zentrale Botschaft heute, darauf basiert unsere Informationstechnologie. Das ist hinter Yahoo, Google und so weiter. So schlimm ist das. Fast CGI ist so schlimm, dass bei Lighting, dem Web-Server, da ist ein kleiner Graph bei, der das Protokoll beschreibt, ihr State Machine, mit der Sie mit dem Backend reden. Und die haben tatsächlich drei Nachrichten, die Sie austauschen, bis Sie die eigentlichen Daten machen können, weil das Protokoll einfach völlig unnötig kompliziert ist. Und Fast CGI ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt dann auch so jeder Depp hat sein eigenes Protokoll. Wir haben hier ein paar genannt. Die sind nicht alle so schlimm wie Fast CGI, aber Fast CGI ist eben das Wichtigste und das Schlimmste. Und auf sowas baut es eben auf, was wir so benutzen. Das ist sozusagen Honorable Mention, da gehen wir gar nicht weiter darauf ein. Wer sich mal mit WAP noch nicht beschäftigt hat, dem kann ich das ans Herz legen. Das ist gut zum Abführen. Warte mal, wir wollten fragen, ob hier irgendjemand im Saal WAP ernsthaft verteidigen möchte. Das war so eine Wette. Hat da jemand mal gegenprogrammiert von euch? Sehr gut. Ich bin stolz auf euch. Will keiner zugeben. So. Ein bisschen tiefer unten drunter, bevor man sich per HTTP zum Server verbindet, muss man natürlich Sockets aufbauen. Und auf Sockets funktioniert eigentlich so unser bekanntes Internet. Die Welt. Unsere Welt. Und so ein besonderer Stinker des Tages ist so die Windows-Socket-API, die einfach von einem ganz penetrant fordert, dass man am Anfang einmal WSA-Startup aufruft. Das machen die nicht einfach so, naja, wenn nicht, dann funktioniert es nicht. Sondern in jedem einzelnen Socket-Call checken die nochmal, ob man vorher WSA-Startup aufgerufen hat. Also die machen das nicht nochmal selber, sondern man muss echt am Anfang... Und dann kriegst du einen Fehler zurück. Also der prüft, ob du das aufgerufen hast. Und wer nicht, ruft er es nicht auf, sondern sagt dir, jetzt ist es mal aufgerufen. Und, ja, also das ist schon irgendwie die Grenze zur Bösartigkeit ist da überschritten. Dann, bei Sockets gibt es viele widerliche Details, weil das einfach ein gewachsenes API ist. Da lassen sich alle möglichen Punkte gut illustrieren. Also das Sock-Adder ist so die, in den Prototypen von den Socket-Funktionen, die Struct, die man übergibt, um zum Beispiel die IP einzutragen. Nun trägt man da eben nicht die IP ein, sondern das ist die generische Variante. Man muss es vorher casten, noch Sock-Adder-In für Internet. Und wenn man IPv6 benutzen will, braucht man IN6. So, und jetzt haben sie aber bei Sock-Adder-In nicht daran gedacht, dass irgendwann IPv6 kommen würde, was vielleicht mehr Platz braucht. Und deswegen ist Sock-Adder-In kleiner. Und es gibt aber Leute, die in ihren Protokollen einfach nicht mehr Platz vorgesehen haben. Weil die machen einfach ein Sock-Adder-In rein und übertragen das, sagen wir, über Shared Memory oder so was. Und für die Fälle haben wir uns jetzt eine neue Sache überlegt, das heißt Sock-Adder-Storage. Und da sieht man schon, wie furchtbar diese APIs werden, wenn man die einfach wachsen lässt und nicht vorher drüber nachdenkt. Das Fiese in Sock-Adder-Storage reicht ja auch nicht aus, weil ja Unix-Domain-Sockets... Genau, es gibt auch noch Unix-Domain-Sockets, da steht dann der Pfeilnahme drin, dafür ist es also auch zu klein, das heißt, voll für den Fuß. OpenBSD, ja, wir sind hier ein bisschen langsam in der Zeit, das skippe ich mal weitgehend. Also, da geht es darum, dass bei IPv6 gibt es einen Kompatibilitätsmodus, dass man von der Anwendung aus nur mit IPv6-Sockets operiert, aber im Hintergrund eigentliche IPv4-Verbindungen aufbaut. Und das hat OpenBSD eben aus religiösen Gründen nicht implementiert, weil sie gesagt haben, also haben ein Argument vorgeschoben von wegen, ja, User-Space-Firewalls könnten verwirrt werden, weil die APIs dann komisch aussehen. Also sowas gibt es auch noch nicht, nur dass die APIs von sich aus schon scheiße sind, sondern es gibt dann auch noch so Saboteure, die es noch schlimmer machen können. Um mal zu zeigen, wie schön eine Socket-API ist, hier ist der kleine Code, um einen Server-Socket aufzumachen. Also einen Falldeskriptor kriegt man, auf dem man dann Verbindungen annehmen kann. Das ist halt der minimalistische Code, der macht, dass man irgendwie auf allen Interfaces auf einem bestimmten Port lauscht. Natürlich gibt es inzwischen irgendwie noch ein moderneres API-Gethost bei Nehmen, wo man eine Get-Adresse-Info, wo man dann durchzeichnen kann, über alle verfügbaren Interfaces. Wird ja noch ein bisschen komplexer, aber bevor man halt so einen Server aufsetzt, muss man sich durch diesen Code da durchkämpfen. So ein bisschen schöner, ein bisschen aufgeräumter wäre eigentlich, das gleich mal in einer API zu entkapsulieren. Eigentlich will man eine Funktion haben, die heißt, gib mir einen Server-Socket in Ruhe. Also was 95% der Tools da draußen eigentlich brauchen, ist, machen wir einen TCP-Socket auf. Genau, und alle haben es copy-pasted von irgendeinem Buch oder so. Ich auch. Genau. Sockets haben ja irgendwie so innerente Fails. Also man muss sich das vorstellen, also ich stelle mir das immer so vor, dass die da irgendwie damals in Berkeley gesessen haben, so... Da kommt jemand vorbei, es klopft. Wollen wir gucken, wer ist... Ach nee, lass mal rein. Das gibt nicht so richtig Möglichkeiten. Wenn bei dir jemand so ein SYN-Paket schickt, gibt es in der BSD-Socket-API keine Möglichkeit zu schauen, wer ist denn das eigentlich, bevor ich ihn reinlasse. Also macht man sich erstmal schön State, sagt ihm, na gut, dann acknowledge dich mal und danach gucke ich nach, wer du bist. Also den State macht man, den Hauptteil von dem State macht man sogar erst nach dem Accept. Also es gibt überhaupt keine Entschuldigung dafür, dass es so ist. Aber gut, man muss halt annehmen und kann dann halt wegschmeißen, aber man muss es erstmal annehmen. Und das ist so ein typischer Fuck-up, wo es eigentlich auch überhaupt keine Entschuldigung für gibt. Select ist das älteste API, um mehr als ein Socket zurzeit zu bearbeiten und da haben sie einfach mal alles verkackt, was ging an dem API. Das erste Argument, also man überträgt die Deskriptoren, an denen man interessiert ist, indem man das jeweilige Bit setzt. Also wenn ich an Deskriptor 5 Interesse habe, dann setze ich das fünfte Bit in einen Bitvektor, deren Größe plattformabhängig ist und nicht bekannt ist vorher. So, das heißt, wenn ich mehr Deskriptoren habe, als da reinpassen, dann gibt es halt ein Silent Fail. Das ist besonders doof, weil die DNS-Routinen mir ja auch nicht vorher sagen, ob sie jetzt Select benutzen oder Poll. Kann man sich aber schon vorstellen, wie sitzen in Berkeley? 1024 Computer? Das gibt es bei uns im Institut nicht. So sieht das aus. So, und wie Select ist ja auch, man muss sich vorstellen, dieses Bitfield, was man sich da mühsam zusammensteckt, da gibt es so ein paar Makros, wo man sagen kann, für welche Sockets man eine Information abbekommen möchte, dann gibt man ihm das hin und dann überschreibt er das. Da muss man also vorher eine Kopie nehmen, um das jetzt wieder hinzugeben. Und man hat so drei Bitfields, in denen man sagt, für die möchte ich gerne wissen, ob da irgendwie Daten zu lesen sind, für die, ob da Daten zu schreiben sind und eins, ob da Fehler passiert sind. So, und Fehler ist jetzt auch nicht so richtig so sinnvoll. Also nur, wenn wirklich schlimme Fehler passiert sind, aber so ein EOF zum Beispiel, also wenn die Gegenseite zugemacht hat, wird da irgendwie gar nicht mit signalisiert, sondern es passiert ein paar Inband-Signaling, die sagen einfach, da kann man lesen und wenn man versucht zu lesen, gibt es null Bytes. Weißt du, wie die Pfeile ist zu? Ganz toll. Ja. Ist historisch gewachsen, ist halt so. Ja, es gibt mir immer den Ding. Ja, genau. Also wie gesagt, Inband, End-of-File-Signaling oder Error-Encoding ist sogar noch ein bisschen schlimmer, weil es gibt noch einen dritten Status, nämlich, dass man lesen will, aber gesagt hat, der Socket ist non-blocking. Und die Idee dabei ist, dass man sagen kann, dies mal 1000 Bytes und dann sind 100 da und wenn man nochmal lesen will, sagt er, jetzt gibt es gerade nichts, versuch später nochmal. Und das wird signalisiert, indem man einen Fehler zurückkriegt und der Fehlercode sagt, versuch später nochmal. Das heißt, nicht nur ist das Fehler-Signaling scheiße, sondern sie haben auch nicht Fehler in dem Fehler-Signaling encoded, weil es auch irgendwie nochmal selbst für schlechtes Fehler in Coding nochmal schlecht ist. Also das ist wirklich, genau so macht man es nicht, aber Winzog ist kompatibel dazu. Man würde jetzt denken, dass, okay, so dieses, dieses,